Erster Link in der Videobeschreibung, unser Discord-Server. Wir freuen uns auf euch. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren, ja, zu einer Vorstellung vom Ropa.dlc. Ja, es gibt ein Fact-Sheet, ja, vom guten alten RopaTiger6XL, der kann, das ist halt ein Zuckerrohr, Ernterschicker, hier auch inanimiert, gerade hat man es noch als Standbild gesehen. Hier sieht man die Animation davon, wie der dann später laufen wird, auch vorne, wenn man genauer hinsieht, weil es ein bisschen klein und zusammengequetscht, aber wird man schon sehen. Ja, der kostet 500.000, schon ein bisschen was, 7.000, äh, 1.700 am Tag, 40 kmh, schnell kann er fahren, 1000 Liter Sprit hat er dabei für lange Arbeitstage, 550 PS. Und in den Bunker passen 4.000, äh, nicht 4.000, 40.000, äh, Liter Zuckerriben. Ähm, 4 Meter breit ist das Teil vorne, also man kann schon sicher gut mit Fläche damit machen. Aber ja, ähm, das wär's auch schon zu diesem Fact-Sheet gewesen. Wenn ihr, äh, weitere Infos haben wollt, guckt auch auf uns, bei uns vorbei auf dem Discord-Server. Und ja, bis dahin, euch noch eine schöne Zeit. Frohes Spannendes Erwarten aufs Ropa.dlc. Und bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.